ja in diesem video zeige ich euch luxor luxor da muss man so kugeln abschießen und das zeige ich euch mal wir machen wir fangen mittendrin an dass ich das einfach mal zeigen kann ok wir müssen jetzt versuchen die nach der farbe die kugeln abzuballern was nicht einfach ist scheiße komm mach hin nein das passiert wenn man ja genau weiß und das war es ja dies ist ein neuer heißger gute arbeit fertig und nochmal spiel starten so jetzt können wir da wieder ankommen wenn wir das dreimal oder so nicht schaffen dann wenn wir ein level zurückgesetzt ja wir wurden ein level zurückgesetzt eine sehr schwere niederlage also das spiel das ist sehr süchtig machend weil man will weiterkommen man will weiterkommen naja das ist bei allen fast bei allen spielen so und das war es gleich auch schon von mir ein kurzes video aber ich empfehle euch einfach mal dieses spiel weil es einfach cool ist ich hab das für 6,99 gekriegt und und nochmal aus dem laden ich nochmal aus dem laden ich bin normal aus dem laden Nein... Okay, ähm... In letzter Zeit bin ich gar nicht so zum Spielen gekommen, weil... äh, ich am neuen YouTube-Design am rumbasteln bin. Ich finde, das sieht nur ein bisschen hässlich aus. Das, was ich jetzt gerade habe. Also, ich will dann individuelles erstellen. Das habe ich nur von so einer Seite runtergeladen. Und ihr könntet mir vielleicht ein Video empfehlen, wie ich das machen sollte mit einem YouTube-Design. Also, wie ich das jetzt... Am besten Design gestalten sollte. Empfehlt mir einfach ein Video. Und das wäre cool, wenn ich dann ein individuelles Design habe. Scheiße. Das war's eigentlich auch schon von mir. Eine kleine Empfehlung. Und tschau. Ja.